Herzlich Willkommen zu unserer neuen Rubrik, unsere Top 3. Heute haben wir uns ein praktisches Thema ausgesucht und zwar die drei besten Orte, wo man Filme kaufen kann. So, bei mir auf Platz 3 ist der Flohmarkt. Wer hätte das gedacht? Ich finde der Flohmarkt klasse, da kriegt man neben DVDs auch noch Unmengen anderes Zeug, was irgendwie total sinnlos wirkt, aber trotzdem cool ist. Einfach vor allen Dingen alte Sachen, ich stehe darauf. Toll ist es, dass die DVDs in der Regel ein bisschen billiger sind als im freien Handel, dass man auch ein bisschen mit den Leuten verhandeln kann. Das ist eine super Sache, vor allen Dingen, wenn man ein paar mehr DVDs nimmt. Man muss nur darauf achten, dass man nicht unbedingt zu den Ständen geht, wo die Leute sich darauf spezialisiert haben. Die sind nicht immer billiger, haben aber eine unglaublich große Auswahl, vor allen Dingen an alten Filmen. Lieber geht mal ein bisschen früher hin und guckt vielleicht, wo so ein paar DVDs vereinzelt dazwischen liegen. Da kann man echt ein Schnäppchen machen. Also der Flohmarkt, meine Platz 3. So, bei mir auf Platz 3 ist Promarkt. Die haben jetzt nicht so eine riesengroße DVD-Auswahl, aber die haben erstens immer ein paar gute Klassiker, was ich schon mal gut finde und die haben ziemlich viele Special Editions, heißt Directors Cuts, Premium Listens, Steel Cases und so weiter. Und das alles auch zu ziemlich guten Preisen, also Blu-rays und DVDs kriegt man da wirklich für super Preise. Und deswegen ist Promarkt bei mir auf Platz 3. Mein Platz 2 ist Saturn. Ich weiß gar nicht, warum ich Saturn jetzt vor den anderen Elektromarkt-Geschichten bevorzuge, aber irgendwie finde ich da immer die besten DVD-Angebote. Ich weiß nicht warum. Die haben unglaublich viele DVDs unter 10 Euro und das ist mir auch persönlich wichtig, weil ich einfach so viele kaufe. Da habe ich mir mal irgendwann gesagt, ich kaufe mir keine, die teurer sind als 7,99 Euro, ansonsten gebe ich zu viel Geld aus. Und Saturn ist da echt eine super Möglichkeit. Und die haben immer wieder so 5,95 Euro oder 9,99 Euro Angebote, die man wahrnehmen soll. Steht auch eigentlich immer wieder in der Werbung und fast in jeder etwas größeren Stadt gibt es auch einen Saturn. Von daher Platz 2 Saturn. Auf Platz 2 ist bei mir der Mediamarkt. Ja, ein riesiger Laden mit einer Unmenge an Auswahl von Filmen. Haben auch immer tolle Angebote wie Filme für 6, 7 oder 8 Euro. Finde ich schon mal super. Die Auswahl ist wie gesagt riesig. Die haben auch eine Unmenge an Blu-rays. Auch immer die aktuellsten und die neuesten. Klassiker haben sie nicht ganz so viele, was ich ein bisschen schade finde. Und deswegen ist Mediamarkt bei mir auf Platz 2. Platz 1 ist ganz klar der Online-Shop Amazon. Ich liebe das Ding einfach. Du hast da super gute Angebote für Filme. Da gibt es dann teilweise solche Sachen wie 4 Filme für 20 Euro oder 3 Paramount Pictures Filme für 15 Euro. Also super Sachen. Hinzu kommt, dass andere Filme schon nach Veröffentlichung relativ billig da sind. Die Preise gehen unglaublich schnell runter. Finde ich auch klasse. Und der Versand ab 20 Euro ist umsonst. Bin ich auch super glücklich drum. Deswegen mein Platz 1, Amazon. Und für mich die einzig wahre Nummer 1 ist bei mir Saturn. Saturn gibt es in verschiedensten Größen. Also es gibt wirklich Megastores, die dann über 4 Etagen gehen und dann eine ganze Etage nur für Filme haben, was ich schon mal total toll finde. Und die haben eine riesige Auswahl. Noch größer als Mediamarkt und bei anderen. Also die haben wirklich Regale voller Klassiker. Ich stehe da ja so ein bisschen drauf. Also da fühle ich mich richtig wohl. Blue Ways und sonstiges haben sie auch. Special Editions findet man auch immer. Und man findet auch entweder durch Aktion oder in den Regalen ganz viele Filme, die wirklich billig sind, obwohl sie gut sind. Und dazu muss ich sagen, ich bin eher der, der jetzt durch die Läden läuft und sich alles anguckt. Ich kaufe nicht so gerne in Online-Shops, weil ich die Sachen nun mal gerne in der Hand habe und dann auch ein bisschen länger brauche, um die Sachen zu kaufen. Und wegen all dieser Sachen, weil Saturn einfach riesig ist, weil die eine super Auswahl haben und halt genau meinen Filmgeschmack ich da finden kann. Deswegen ist Saturn bei mir auf Platz 1. Bis zum nächsten Mal.